Junge Das ist behindert Was wollen wir hier eigentlich? Wir werden die ersten Bufi entfernen Jemand ist in der Flasche hier drin? Hier wart ihr doch immer noch nicht drinnen, oder doch? Sicher, ey Nee In dem ersten war ich glaube ich drin Aufklärung ist einfach unendlich weit weg So, jedes Mal, ey Laufen wir dahin? Also ich hatte jetzt eigentlich gar keinen Bock dahin Da kommt auch ein Auto Ja man, die sind da ausgestiegen Wo war die Auto? Ich hab mein Fahrzeug entdeckt Da hab ich doch gemarkert Naja Naja Sind wir dahinter, oder nicht? Ja, würde ich sagen, ne? Ich bin schon da Wo sind die denn? Wir sind in der Sicherheit Wir wollen hier einen Auftrag machen Wir wollen hier einen Auftrag machen Hier, 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 hier Boah, Alter, der Junge Eine ganz beschissene Waffe, Alter Eine ganz beschissene Oh, fang weiter, fang weiter Oh, und ich hab mein C4 zu Timo geworfen, Alter Die sind ausgestanden Ausgestiegen Tricksfotzen Boah Oh Dann geh ich hier rein looten, Alter Oh, er fällt Ah, egal Also wir hätten auf jeden Fall schon mal genug, um so ein Dings zu kaufen, Alter Also wir hätten auf jeden Fall schon mal genug, um so ein Dings zu kaufen, Alter Ich hab einen Schafs Schaden Der hat gesagt, er kann mich waschen, die Fotze, Alter Hahaha Das hab ich schon gefickt, Digga Pardon? Aber auch geil, ne? Ein-, einmal, ein Spiel lang keinen Note Hand Direkt auf Kacka hauen, Alter Hahaha Wo ist was denn bo eigentlich? Dahinten Ja, Timbo, Timbo Da hinten war noch ne Panzerplattentasche, ne? Wo? Die hab ich schon. Wo? Da. Ich begleite dich. Ja, ich begleite dich. Und dann einnehmen, wa? Das habt ihr gelootet, oder was? Ja, einnehmen wird ein bisschen, aber das schaffen wir, glaub ich nicht. So, hier hoch, oder was? Ist das da drin? Ja, da drin. Sag mal, wo? Rechts rum. Rechts nochmal rechts. Scharf rechts, nein. Da. Da, ja, ja. Und noch ein Paketenwerfer, Alter. Hab ich richtig gut gemacht, Alter. Aber der ist komplett leer. Und C4. Ne, ist voll. Ne, der ist leer. Nein, ist voll. Der Granatwerfer ist leer, oder nicht? Der ist grad leer. Ach, der Granatwerfer? Ne, ach der da liegt, weiß ich nicht. Meiner ist voll. Ja, wir fahren. Du, 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 du. Ja, ich hole ein Tropic-System, warte. Hat er alles gesehen, oder? Ein Tropic-System. Hat Potter einmal, hat Potter einmal gesagt. Ja, das ist recht, nicht. Jetzt noch ein Rucksack. Hairschlagswender. Ach, Hairschlagswender kann ich erstmal nehmen, Alter. Ja, nehm du. Ich nehm den eigentlich sowieso nicht. Warte, warte, warte. Ja, nehm du mal lieber, weil... Oh... die sind ein bisschen verteilt hier denn der eine ist ja den habe ich animiert nein rechts daneben in der kleinen hütte da hinten läuft noch einer weg oder das ist ja die waffe mit dem scheiß kack lilanen visier ich hole dich wenn du hier gewinnst gehst zurück an die front ach du verlegen ist auch noch was ne mach deinen gegner fertig oder nimm das ziel ein ok erstmal dahin stopp das dach holen ja hier ist der letzter ich dachte letztes war anders hingelaufen nein nein war extra die granate hingeschmissen und da kommt die fast aus dem haus ja ok kommt noch ein auto ja man ist noch rucksack oder irgendwo ja hier 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 wir müssen uns aber auch beeilen das ding hier kommt wacom bist du soweit? ja ja fahren wir zur ausrüstung ja wirst du der harter alter eine kiste boah schmeckt ja da wollen die da raus in den Typen töten oder was? ja machen wir da soll er jetzt fallen macht er sauber Tim wiped irgendwo hier lag der doch der eine dolly ne der lag k.o. da drauf glaub ich echt? ja ja da war richtig lucky für die beiden da war da war aber hier ist nur einer ne vorne liegt noch einer aber der lag da k.o. drauf alter hab ich gesehen ey aber hier ist kein stuff mehr drauf ey da muss runter gefallen sein save aber wo? ich hab irgendwie auch ein ganz komisches visier auf meiner sniper sehe ich drauf ja ja ich hab ich hab meine dings auch grad weggepackt alter die gefunden alter mit dem lilanen visier alter sie ist ja gar nix ne wir brauchen einfach einen shop ja man feinde landen im einsatz oh feinde springt ab wo? Kilo Kilo Spieler Kilo da ist da ein ach da nie ganz klein ich bin was Richtung Stadion geflogen mein Sniper ist richtig scheiße man ich hab vorher so einen Mongo Sniper aufgenommen was holen wir denn noch? na alter Auto voll angehoben vor dem shop ja was holen wir denn noch? ey was ist denn da raus? die Ausrüstungslieferung ist unterwegs ähm wo haben wir Kitzchen? oh nein da hinten ist er von Siegner da da seid ihr untergegangen oders? ey ich kann mit dem kaprisieren nicht spielen ey das ist ja unnormal ey wo denn wo denn wo denn wo denn ich seh gar nicht ich seh gar nicht ich seh gar nicht fahr mal weiter oder was? steig mal ein warte warte ja warum nehmen wir denn nicht den Lkw wo ein Dings brauche heiß drauf Junge da könnte ich überhaupt wieder rauskommen du kommst? ja ja aber wie ist es los denn? ist aber auch ne Ecke ne das ist auch immer eine Zone alter hier so hin hier rein fahren ja hier rein fahren alter da hier rein gehen die einen weiter oder nicht? ich einfach gerade ausfahren da kommt es automatisch hin fahr auf der Straße ja man Die Straßenführung ist klein, wo wir auf der Seite hin kommen. Ich denke auch, dass wir für uns die ganzen Rassen ziehen. Hier wäre noch ein Auftrag am Tridot weiter. Das ist eigentlich so blau, oder was? Ja, oder nicht, da in den Gebäuden, das war eigentlich einfach selten. Aber da waren wir auch auf kurze Distanz, da kann ich auch mal greifen. Alles, was Long Range ist, habe ich keine Chance, ich kann da nicht. Wir haben eine Funktionskiste dabei, 214, also von daher, wir sind ganz gut. Ich weiß halt nicht, wo ich hin soll, ne? Hier ist gerade einer drauf gelandet. Genau hier. Der Strafraum steht hier zwischen heute durch, genau, ganz genau. Der Strafraum ist einfach von allen Seiten gesetzt, ja. Na schade, dass er kein Job ist, oder? Ja, echt, ne? Aber hier sind wir zugekiften, Alter. Ja, heftig. Herzschlag-Sensor sagt, alles safe. Ehre. Bis jetzt. Ich glaube, der liegt noch hier oben. Seitdem schon alle fallen. Sollen wir uns sammeln? Worauf schießt du? Ich leide hier auf dem Haus. Ich leide hier auf dem Haus. Nein, nein, doch nicht. Ich will mal Prezi jetzt nicht verballern dafür, aber. Ja, das ist gut. Alter, das ist... Das ist ein Witz mit dem neuen Visier hier. Was habe ich für ein beschissenes Kack-Visier, Mann? Oder wurde die Waffe genervt? Welche denn? Ich sniper die neue DM. Oh, Hit. Von wo? Da, wo du hingeballert hast. Da hinten am Friede, Alter. Los, komm. Zeig dich nochmal, Alter. Was hast du denn da für ein Visier drauf, Alter? Beschissen ist. Kommt hier, Mann, ey. Ich hoffe, dass wir kurz. Hier können wir. Das ist doch voll Kacke. Das habe ich sonst nicht drauf. Ich habe das mal drauf gemacht, weil ich es neu frei hatte, Alter. Aber ich denke, ich werde auch wieder zu dem anderen Umzeug gehen. Ja, ich finde das total Kacke. Das andere wäre echt besser, Alter. Aber das war als nächstes frei, deswegen ist das hier drauf. In der Multiplayer-Klasse habe ich noch das andere, Alter. Und einmal ohne Visier. Ich habe die Sniper-Multiplayer mit Ranger-Vordergriff und so. Alter, die ist so geil. Ja? Ja. Kannst du selbst den Multiplayer mit rumrasieren. Jetzt ist das nämlich auch wieder, dass die so langsam rein scoped. Ja, weil das das große Visier ist, was er auch auf der anderen hat. So eigentlich, weißt du? Jetzt habe ich zu Takt, da. Oh, hier unten. Ja, ja. 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 Ja, ja, ja. Ah, ich glaube, er ist hier gerade. Wo? Da war jemand drin, Alter. Schmutzikopf, Alter, ohne Witz. Hinten raus. Da hinten laufen auch welche. Alter, ohne Witz, Mann. Da drin sind welche. Boah, noch einer. Ey, Digger. Hier ist noch ein Panzer. Panzerung gehorchtet. Alter. Das Gas kommt näher. Neue Sicherheitszone wird markiert. Geh jetzt da hin. Okay. So, nur Wino zieht sich gut zusammen, ne? Na, sind wir vielleicht schon irgendwie irgendwo raus. Ein Gericht da drin? Da ist eine Ausrüstungslieferung unterwegs. Nein, doch nicht. Dann habt ihr eine bessere Sicht auf das Haus, auf das Gelbe hier. Ja, ich geh rein. Da ist da auch einer. Der steht da in dem Auf... Der stand da gerade in einem offenen Tor, da rechts neben dem Auto. Jetzt läuft er da raus. Der läuft da. Hast du gesehen? Ja. In dem Rumpf der Maschine ist er drin. Ach, nur da. Okay, Marco ist schon unterwegs. Ja, dann hinterher, Alter. Ja, da laufen sie. Sonst verlieren wir uns hier wieder. Da laufen sie. Wir werden aber von hinten auch Leute kriegen. Hier. Geat break. Aber denk dran, die Bedrohung von rechts ist weiter aktiv, ne? Timbo, komm schnell. Alles gut, bin doch da. Ja, jetzt weiß auch jeder, wo wir sind. Einer K.O. Alles gut. Da hinten. Von hinten kommt einer. Von hinten kommt einer. Ja, ein König, ja. Der Mann springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achtet. Vier Kisten. Achtung. Da unten. Am Bus. Ja, da hinten auch. Hier sind welche drin. Da auch. Key break da hinten. Sauber. Da ist noch einer K.O. Proppt hinterm Bus lang. Im Bus. Ja, ja. Ich hab ihn K.O. Team ausgelöscht. Haben noch einer eine Muni-Kiste dabei? Ja. Ja. Ich werde gleich alles machen. Hier, dropp ich. Ich gebe den Munen für alle. Ja, dann lass mal kurz da. Ähm, Sorgen-Wino. Ich denke, Timbo, rechts neben dem Gebäude sind welche drin, ne? Bin ich mir jetzt nicht sicher. Weiß ich nicht. Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall. Achtung, Sniper-Shots von vorne. Aus der Sonne. Und. Oh, Openfield. Fuck. Bin bei dir. Da, Alter, nein. Hier. Hinter der Mauer. Komm, 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 komm. Ich sehe keinen. Da kann sein, dass wir... Da, da. Rob da, Emil. Ja, sauber. Okay, Markus, gesaved. Ab dem Zug erstmal. Ja, wir klopten erstmal rein. Oh, oben, oben. Ich kann nicht sehen. Ah, die müssen kommen. Ich habe da oben einen genockt. Ähm, vergiss, was ich gesagt habe. Das bereitet sich aus. Okay, wir kommen jetzt. Ja, Achtung, springt einer vom Dach runter. Hier vorne. Achtung. Ja, ja, ja. Links war auch. Ja, da habe ich gerade markiert. Die sitzen da hinter der Mauer. Soll ich die mal rausscheuchen mit dem Prezi? Ja, mach mal, mach mal. Ist gut. Okay. Kommen, links. Achtung. Schieb, Rack, K.O. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Rechts, 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 rechts. Ja, Mann. Oh, nein. Ich kriege wieder Shots von links. Da sind doch welche. Da sind doch welche. Achtung. Ja. Nein, nein, nein. Alter, was? Oh, Safe Regress. Nein, ich bin down, ich bin down. Nicht an mir, nicht an mir, nicht an mir. Okay, Zone, Zone kommt, Zone kommt, Zone kommt. Nein, ich kann auch nicht spielen. Nein, zieh durch, zieh durch, Bruder. Zieh durch. Ah, Schmutzel. Los, aufhütend. Bring es zu Ende. Zurück. One-on-one. Konzentration. Ist das one-on-one? Ja. Okay. Auf das Haus hier, so, ja. Oh, hab ich das noch schafft, Alter? Ich gehe gleich auf Gasmaske. Ja. Ja, cool, okay, easy win. Ja. Da unten links, unten links, war er, glaube ich. Ich glaube auch. Da! Die zwei Tunis, die oben stehen und unten jemanden suchen, Alter, stehen hier beide hin, Alter. Die eine Runde, Alter. Die eine Runde. Die setzen dann hier nochmal voll zu kurz, ne? Auf jeden Fall ganz stark, Alter. Aber schon lange nicht mehr so gefeiert, in so einer Runde, ey. Wuh, ey, dich da. Ja, ich bin auf jeden Fall noch mal gleich verfolgen, genau. Moment, ja. Also, ich muss meine Sniper unbedingt umstellen, das kann ich so nicht lassen, ey. Und wie sieht das denn fest? Die kommen jetzt wieder weg. Ja, ich glaube, die kommen wieder weg. Ja. Ja. Oh, ich habe zwei, Marco hat sechs, du hast zwölf, Alter. Sauber. 3000 haben es aber jetzt auch nicht so viel. Sauber, sauber. Ja, dann geh nochmal raus, geh nochmal raus, mach mal raus. Ach, schön. Ja, Ehre. Ja. Erste Runde zusammen, ja, war das erste oder zweite? Zweite, glaube ich. Ja, okay. Erstmal die Kackwaffe hier neu ändern, ey. Das kann ja gar nicht sein. Hast du schon gesucht? Nee. Nein. Hä, warum ist denn das Zoom so kacke? Äh. Hä? Faden, Kreuz, Standard? Hä, das war vorher nicht so, ich schwöre. Das Variable Zoom war anders. Dann muss jetzt das... Oh, schmutz echt, ey. Also in der Dings-Klasse habe ich... Ich kann mal kurz nachgucken. Ich habe überall das Variable Zoom, aber das kann nicht wahr sein, echt nicht. Das ist es nicht, das haben die irgendwie geändert. Ohne Witz. Das sah vorher anders aus. Das sah anders aus, auf jeden Fall. Variable Zoom, wo habe ich hier in der Dings-Klasse? Okay, nee, eben habe ich das normale SP-Visiel gehabt. Ich mache jetzt auch überall nur das normale drauf. Also das, ähm, Solo Zero. Boah, echt schönes Ründchen gewesen, ey. Kann man nix sagen, ehrlich. Auch so Teeble hast du, weißt du, bis zum Ende noch alle durchgehalten hat und dann echt am letzten gescheitert, ja. Ja, stimmt. Ich schaue, brauche ich mich nicht richtig. Ja, heftige Nummer, das war voll gut, Alter. Lass mal weiter so spielen. War auch voll korrekt abgesprochen, alle wussten immer, wo jemand ist und so. Mega, ey. War auch richtig Spaß gemacht. So, okay, Solo Zero. Aber es ist, es ist komisch, es ist einfach komisch. Wenn man hier das Fadenkreuz ändert, dann ist das ja gar nicht da, das, was wir gerade gesehen haben, Mako. Da war ein roter Punkt in der Mitte. Okay. Das ist ein kleiner, guck dir mal die, ähm, Fadenkreuz, also wenn wir das neu aufsetzen, genau, und dann Fadenkreuz ändern. Achso, warte mal, dann müsste ich aber erst mal... Äh, so ist das. Äh, so, Fadenkreuz. Ja, wir hatten das Ding hier, ein Atemzug war da drauf, oder nicht? Ein Atemzug? Ne, das war anders, noch anders. Ja, das habe ich auch noch nicht mal frei. Hast du es frei? Nö. Ja, vielleicht packt das hier wieder. Das ist auch scheiße. Da reichen sie 200 Abschüsse mit dem Zielfernrohr von 130 habe ich, äh, so soll. Was? 130 Abschüsse? Also ich glaube, so viel habe ich bleibt im Game noch nicht. Na, mit dem, mit dem Visier hier halt, ne? Hm. Hm, okay. Ich kann auch echt mit der Asphalt, kann ich überhaupt nicht spielen, ey. Naja, geht. Hm, hm. Recoil nach oben. Ah, die hat die Schubrate wie eine P90, Alter. Ja, das stimmt. So, Solo Zero habe ich da drauf. Hier drauf habe ich das Variable Zoom, okay. Und was habe ich hier drauf? Auch Variable, dann nehme ich hier. Das Solo, das lasse ich jetzt einfach mal so. Fadenkreuz. Achso, dann hatte ich das wahrscheinlich die ganze Zeit, okay. Ja, okay, irgendwie. Auch geil gewesen, Marco, ne? Satzchef zu mir so, wollen sie einen mitnehmen? Irgendein Schlosser, der dann eben behistigt ist? Ich denke, ich sage, nee, ich will bei Marco vorbei, Alter. Ich sage, nee, nee, ich war alleine, Alter. Hahaha. Hahaha. Also, schliesseln, schliesseln, oder? Äh, schliesseln, schliesseln, geht los. Ja. Gute Hase. Okay. Okay. Okay.